Ich denke, dass es keine oxidative Koloration auf dem Markt gibt, die an Innoa rankommt, weil sie keinen Ammoniak enthält und trotzdem alle Vorzüge enthält, die eine oxidative Koloration beinhaltet. Als die Kundin die Haare gefühlt hat, hat sie gar nicht gemerkt, dass wir eine oxidative Koloration benutzt haben. Innoa ist für mich eine wirklich geile Haarfarbe, weil es nämlich keinen Geruch hat, keinen Ammoniak und ich bin wirklich stolz darauf, einer der ersten gewesen zu sein, der damit arbeiten durfte.